Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Und wir sind ja jetzt hier nach der Quest in Veyrest wieder angekommen. Ist doch Veyrest, oder? Sind wir doch. Ja, in Veyrest. Und wir haben ja unser Inventar eigentlich... Ne, wir haben das schon geleert gehabt, ne? Wir wollten hier nur eine Quest machen, genau. Wir wollten hier die Gilde besuchen. Hier laufe ich auf jeden Fall schon mal falsch, wenn ich in den Norden gehe. Entweder das oder das ist es wahrscheinlich. Dann gehen wir mal darum. Und dann hoffen wir mal, dass hier wieder so eine Rittergarde ist. Hier, ob die jetzt nun Ritter der Drache, also Drachengarde oder Rosengarde, oder wie die Jochen Magier heißen jetzt, sind, ist jetzt irrelevant. Aber ist ein Ritterorden auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal, wo wir die finden. Da war wieder so eine Magier-Gilde. Den können wir auch mal vielleicht irgendwann mal beitreten. Würde ich vielleicht auch mal schauen, was es da für Quests gibt. So, wo sind wir auch immer noch weiter hier geradeaus durch? Dann rennen wir mal. Und schauen wir mal, was das für Leute sind. Da müsste es schon sein, glaube ich. Hoffe ich. Nein, ist da hinten. Das da ist es. Gehe ich mal von aus. Ja, das Gebäude. Das ist ein Magier-Gilde. Okay, dann ist es der im Norden. Ein Kamel. Okay, hier gibt es Kamele. Und Pferde. Kamele und Pferde. Dann ist es wahrscheinlich das hier, ne? Gehen wir mal von aus. Und gehen wir mal rein. So. Get quest. Hmm, let me see what task we have available. Please have patience and wait here a moment. Come, the Hunter. I don't trust you, Max-Dirc II. You are not a member of our order. If you would like to earn my trust and maybe even a modicum of respect, go kill the giant raiding the farms. Are you up to it? Yes, the giant has made its lyre the hold of Ashford. Go there and kill it. There may be other giants there, but I don't care. I am only interested in one with a large burn mark on its back. It's the one that has been raiding the peasants who have 10 days. Alles klar. So. Okay, äh. The knightly order of where is told me of a giant that needs slaying in the hold of Ashford. Find. Hold. Of. Ashford. Achso, gibts nur den ein. Okay, gehen wir mal da hin. So, nochmal ein Save-Game auf die vier. Die drei müssten wir auch mal benutzen. Muss hier ehrlich sein. Aber jetzt bin ich gespannt, was, äh, was wir hier dann in diesen Gilden bekommen. Wenn wir hier uns mal aufleveln. Oh, ist sogar eine, ein Dungeon für eine Hauptquest oder so. Okay, mal schauen, wer von denen gibt. So, gefällt mir das. Und hier geht's wieder bergauf. Beziehungsweise. Und wieder runter. Das war jetzt interessant. Das war, das hat, äh, das hat, äh, ja, das war's gewesen. Hier ist niemand, aber hier haben wir noch eine Tür. So, looten. Autschen. Okay. Einmal kurz heilen. Wir nehmen den, den dunklen. Dann müssten wir hier vielleicht einmal kurz das machen. Und nochmal ein Save-Game. Dann gehen wir hier mal weiter. Komm, wir gehen hier. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir mal dahin. Sieht auch sehr interessant aus. Oh. Okay. Im Kreis. Das ging im Kreis. Okay. Okay, okay. Schauen wir mal, wo wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Hier haben wir... Eine geheime Tür irgendwo. Yo. Nein. Ach nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Komm. Bitte nicht. Ja, alles klar. Erster Tod seit Ewigkeiten. So, dann... Genau. Die Tür noch einmal. Vielleicht ist jetzt jemand hier. Oder irgendwas Neues. Kann sein. Hätte ja sein können, dass irgendwas neu gespawnt ist. Und dann hier waren wir schon. Und dann halt die Tür. Wo auch nichts ist. So, dann machen wir jetzt nochmal ein Save Game. So, jetzt haben wir den. Dann machen wir hier auch wieder ein Save Game. Jetzt, wo wir den haben. Und nochmal schauen. Vielleicht haben wir nochmal irgendwo eine Tür vergessen. Übersehen. Wie auch immer. Oben auf jeden Fall. Hier. Und hier war auch noch einer. Okay. Okay. Das war das Ziel. Dann können wir jetzt nochmal ein Save Game machen. Komm, den machen wir jetzt auf die drei. Wir haben die drei ewig nicht mehr benutzt. Dann machen wir das einfach mal. Den schauen wir uns mal nachher an. Ah, Save Game. Komm, nochmal auf die drei. Kann sein, dass wir jetzt hier drauf gehen. Okay. Okay. Okay, nicht drauf gegangen. Immerhin. Gibt es hier eine Tür? Nein, hier gibt es keine Tür. Dann suchen wir uns mal den Weg wieder nach oben. Dann haben wir ein bisschen was wieder einlagern können. Hier ist eine Tür. Und erstmal alles rein. So. Portion of the Cube Poison. Und die Dinger. Boah. Erschreckt mich nicht. Okay. Das ist das cool. Hier so ein Thron. Hier würde ich sagen, aber resten wir einmal ganz kurz. Dann gehen wir hier hin. Hier oben waren wir ja noch nicht. Keine geheime Tür. Schade. Und wie sieht es hier aus? Hier geht es wieder runter. So. Dann noch mal hier rein. Boah. Erschrecken die mich immer. Wieso bin ich so schreckhaft? Ich verstehe es nicht, warum ich immer so schreckhaft bin. Wenn irgendjemand auf der anderen Seite der Tür ist. Nope. Hier auch kein Geheim. Gänge. Wo bin ich da hinten? Okay. Dann gibt es nur noch diesen einen Weg, der nach oben führt. So. Dann hier. Und das nur noch der hier. Ah? So. Komm. Ja, komm. Geh kaputt. Der hat aber auch ordentlich ausgeteilt. So. Hier muss es aber doch bestimmt eine Geheimtür geben. Ja, da vorne. Ne? Oder? Doch, da. Da hinten gab es eine. So. Hätte ich vielleicht vorher speichern sollen. Aber sonst ist hier nichts. Machen wir jetzt nochmal vielleicht ein Save Game. Auf die Reihe wieder mal. Und dann nur noch hier. Das wäre es. Mehr gibt es hier nicht. Okay. Leicht enttäuscht. Aber egal. Dann können wir die Quest dann jetzt eben einfach abgeben. Und dann gleich die nächste machen hinterher. Und zurück nach... Veilrest. Und hier wieder Save Game. Hier kennt das gute Spiel hier. Genau. Nach ganz Norden. hat sich die stadt verändert ich war nur nicht in diesem teil bisher okay diesen teil der stadt habe ich noch nicht besucht wohl wir können ja ganz entspannt laufen ist ja erst 9 uhr können wir hier ein bisschen was verkaufen so guter mann ich habe hier was für dich hier noch was ja hier habe ich noch jede menge so 5000 also fast 6000 wieder bekommen ich hätte das also beziehungsweise das hier gerne mindestens in dem aber okay die geben aber auch nur plus 1 armer also rüstung gucken wir mal was der hat naja ok nicht wirklich das was wir haben wollen so ja hier ist auch ritter der der rose ich habe bisher noch in keinem anderen älter spiel mitbekommen dass es die ritter der rose gibt und so haben sie bestimmt nie durchgesetzt so zwei stunden wird reichen ne so hmm you did better than expected max deals the second maybe someday you will even be worthy a membership in the nightly order gut wir holen uns in die nächste quest uh trouble with orcs com i am moderic yim hos you are not a member of this nightly order we are not sure if you can be trusted yet if you were to slay the leader of the bandit band of orcs troubling our area it might change our minds do you have a stomach for such work yes kill as many orcs as you can but be sure to kill their leader skiltor the full band is hiding up in the tower of granton if you are not back in 16 days i will know you are the coward everyone says you are der rete denn so über mich finde ich irgendwie nicht nett aber okay wir müssen jetzt erst einmal ein paar sachen hier verkaufen auch weil inventar ist ja schon voll ist das der laden wo ist die tür so dem können wir hier die ingrediens verkaufen hier war sonst nichts und dann brauchen wir noch ein general store da müssen wir weiter nach süden gehen so ein war shop hier general store nice dem können wir noch was verkaufen hier das zum beispiel das wärs ja ich habe hier eigentlich auch nur größtenteils nur müll ich habe keine ahnung was ich damit machen soll kann ich die irgendwie vielleicht usen you cannot use this info recypher potion of water working wait ja yellow rose palm to waters sulfur so free action komm wir brauchen die dinger gar nicht so portion of resistance shock levitation die könnten wir vielleicht nochmal irgendwie gebrauchen ich habe die dinger hier jetzt hin getan jetzt müssen die hier liegen ja da ich hoffe irgendjemand kann damit was anfangen so wo müssen wir jetzt hin so wo müssen wir jetzt hin hmmm the tower of greenton hmmm the tower of greenton und rein da ox töten so komm wir gehen mal geradeaus ah und hier save game auf die zwei die werden jede menge loot abgeben definitiv ok ok skelettkrieger gibt es hier auch noch nice hier gibt es gar nichts toll so vielleicht eine geheimtür die übersehen wurde in der richtung irgendwie das war jetzt nicht hier schade das war irgendwo oben so dann gehen wir mal hier hin so 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 süß ok was ist denn das ein ork ja skulltor getötet nice ok das war jetzt das ging schnell kann ich das dann nicht looten kann ich das looten wenigstens komm wir gehen dahin mal schauen wo das hinführt jetzt gleich kommen skelette ich dachte ich hier hätte jetzt noch irgendwas gehört gehört habe ich definitiv irgendwas aber dass hier noch irgendwas wäre ok hier ist nichts mit dann ging es auch nicht weiter also hier lang so 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 ouch ouch oh da ist ja noch einer Oh, der Inventar ist voll. A freshly drawn map indicates the long lost location of the query of Modunab, which you copy down. Nice. Wir gehen aber jetzt einmal zurück. Inventar leer machen. Ähm, wo ging's denn zurück? Dahin? Ah ja, hier. Genau. Und dann müsste ich hier irgendwo... Da. Da haben wir's. So, dann einmal alles removen. Hier auch removen. So, hier haben wir nichts. Und hier haben wir sehr viel. Ich glaub, da Gold machen wir auch mal alles da rein. Acht, sieben, sechs, vier. Und dann gehen wir nochmal hier hin. So. Den Weg hatten wir auch noch nicht. Schauen wir uns hier mal um. Ah, okay. Okay, hier geht's nach oben. Und... Hat nichts gebracht. Toll! Und hier fehlt uns auch noch. Noch ein Weg runter. Wir bleiben aber erst mal auf dieser Ebene. Hier gibt's auch nichts. Toll. Na, wenigstens hatten wir hier gut. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ah, okay. Das hat uns auch nur... ...im Kreis geführt. War's das? Gibt's nicht mehr hier? Okay, mehr scheint es hier nicht zu geben. Ja. Zweite Dungeon. Auf die Schnelle. Fertig. Dann zurück nach Valerest. So. Äh, äh... So, trotzdem erstmal ein save game. Jetzt lesen wir uns das mal an. Äh, gucken wir uns das an. Äh, use the time wisely. Andrik Wutzli. Äh, dear Max Deus II. How should, äh, I call you Grypnothor? As you are known to the common fog of various who bar their doors against you in fear each night. Yes, I know who and what you are. And your days of terrorizing the Iliac Bay are numbered. I offer you a simple choice. Renounce your Lücke. Ach so, so einer wieder. So, removeen. You cannot remove this item. Ja, dann okay. 17 Uhr. Äh, schauen wir mal ganz schnell, wie wir... ...da hinkommen. Zum, äh, wie heißt der da nochmal? Zur Rosengarde. Hier drüben. Ah, doch. Hat funktioniert. Ui, hier geht's tief. Ich hoffe, wir kommen da noch rechtzeitig an, bevor es zu ist. Aber ich wundere mich gerade, warum wir... ...jetzt hier, äh, in der Nass auftauchen. Vor allem, ich feiere das aber, dass der Himmel so rot ist gerade. Richtig düster, rot und so. Bedrohlich, leicht. So, da vorne. Da haben wir sie schon. So, ja, wir können auch rein. Hm, maybe we should consider you for a membership. Not a bad job at all. Max, das ist der 2nd. Äh, wir machen das später. Vielleicht jetzt erst einmal die Sachen verkaufen, beziehungsweise Taverne suchen. Dann, wenn wir da mal pennen können. Da hinten ist eine. Ach, hier, sehe ich schon. Da ist der gute Mann. Ja, eine Nacht wird reichen. Nice. Die Uhrzeit ist 17.40 Uhr. Komm, wir machen... Für wie lange? Sagen wir mal 14 Stunden. Dann ist 9 Uhr. So, jetzt erst mal den Ausgang finden. So, wieder helllichter Morgen. Dann können wir nochmal verkaufen gehen. Da im Norden müssten hoffentlich paar Läden sein. Auf jeden Fall zwei Banken. Ja, bei der Bank können wir auch gleich mal Geld abgeben. Was denn das da für ein Laden? Ah, so ein Juwelier. Okay, komm, den können wir... Okay, wir läutern mal. 2 Stunden, wird reichen. So. Den kann ich doch irgendwas verkaufen, oder? Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. So, da haben wir noch meinen Laden. Das hat mir irgendwie in Daggerfall besser gefallen. Also in der Stadt Daggerfall meine ich. Und dass wir da einen Punkt hatten, wo sehr viele Läden sind. Die wir einfach nach und nach abklappern konnten. Und halt einen Laden, wo wir halt ein bisschen weiter weg mussten. Und hier müssen wir jetzt wirklich komplett einmal durch die Stadt rennen. um irgendwas zu finden. So, im Wagen haben wir noch. Ingredients. So, wo ist im Süden? Da haben wir noch mal zwei Läden. Perfekt. Sind aber beide wahrscheinlich dieselben. Oder dieselbe Art. So. Sell. Definitiv. Magisches haben wir leider auch nichts. Aber hier alles voll... Ja, ist halt ein bisschen weniger als sonst. So. Was ist das? Elven Gauntlets. Hier haben wir Iron. Schade. Mal schauen, ob der gleich bessere Rüstung hat. Mittlerweile. Iron Steel. Na, da tauschen wir lieber nicht um. Wir haben so viel Geld, aber können nicht das geile Scheiß holen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wo kriegen wir den geilen Scheiß? Okay, einen Wagen haben wir. Ach so. Na, jetzt haben wir 10.000 auf Tasche. Aber wir haben nichts mehr. Dann können wir das eben jetzt einzahlen gehen zur Bank. So. Und dann holen wir uns noch mal eine Quest ab. So, noch ein bisschen nach Norden. Genau, da ist es schon. So. Ich hätte gern mein Geld eingezahlt. 10.957. Wir sind schon bei 173.000. Was kostet ein Haus nochmal? Oder ein Schiff? So. So, okay. Dann zurück zum Ritter. Ordender. Und wir schnappen uns dann nochmal eine Quest. Und ich hoffe, die vertrauen uns dann mal. Und geben uns... Auch nochmal eine Rüstung. Okay. Jetzt geht's rein. So, get quit. The infested house. Komm, machen wir das. Why should I trust you? Maxlius II. I suppose some small trial of arms is in order. I certainly wouldn't give you anything important. Seeing as you are not a member of this knightly order. I own a building that is infested with creatures. Kill them for me and maybe I'll put in a good word for you. Okay, komm, machen wir. I'm only giving you one day to clean the woodhouse residence out. After that, I'll just do it myself and tell everyone that a coward you really are. Woodhouse resident. Is that here? Wo haben wir das? In Weyrest? I met Modric Jumhaus of the Knightly Order. I can carry favor with the knights if I rid the woodhouse residence in Weyrest. If it's infestation for him. Woodhouse residence in Weyrest. Okay, then we have to take our diplomatic skills. We are still citizens. Uh, here we are. No, then here. General. Woodhouse resident. So, komm. Sorry, friend. I can't help you there. Okay. Anfragen wir mal hier. Uh, general. Um, the woodhouse resident. I hit. Oh, uh. You maxed the second. I'd help ya if ya I could. Erf kann vielleicht helpen. Good day. Uh, how are you, Alba Ashley? I am trying to get to the woodhouse residence. Uh, gotta be somewhere around here. Dankeschön. Danke für die Info. Müsste hier in der Nähe sein. Die kann doch bestimmt helfen. Good day. Uh, to be honest, I couldn't really care less. Sorry. Er vielleicht? Good day. Muss ich vielleicht so antworten? Uh, simple. You'll find us east of here, I think. Diese Richtung. Ihnen vielleicht nochmal? What do you want? Ask someone who gives a damn. Dankeschön. Uh, gotta be somewhere around here. Danke. Echt hilfreich von den allen. Die hier vielleicht? Hallo. Die muss ich vielleicht so ansprechen. Go now east. No, that way. Just keep going south east. Hä? Äh. Hoppla. So. Nochmal. I guess I can tell you it's right there. Ah, perfekt. Äh. Ach, da unten. Okay. Schnell da hin. So, da muss es hier vorne gleich sein. Ach, da hinten. Dauert noch ein bisschen. Okay. Okay. So, dann hier hinter ist das. Das kleine Haus. Dann machen wir hier vor. Nochmal ein Save Game. You hear your wake-up. You are scratching noise coming from the walls. The creatures will most certainly react poorly to your intrusion on their territory. This? What it is? Ah, hier. Äh. War das jetzt nur das eine? Hier komme ich nicht durch. Noch eins. Da muss jetzt noch einer kommen, oder? Alter. Boah. Und hier noch einer. Okay. Noch einer? You have cleaned out moderate game house. Das Haus. Ah. Hier noch einer. Wo kommen die alle her? Da ist ja noch eine Spinne. Wo kommen die? Kommt jetzt noch was? Alter. Okay. Wo kommt noch einer? Hier ein richtiges Schlachtfest von irgendwelchen Kreaturen. Aber wir haben die Quest erfüllt. Habe ich gehört. Gerade gelesen. Können gehen. Ach, da kommt schon wieder einer. Ich hoffe, ich töte nicht aus Versehen hier irgendwen. So. Dürft jetzt keiner mehr kommen, ne? Questes erfüllt Das fand ich jetzt wirklich aber interessant, dass die von draußen alle herkommen, also das ist mir jetzt neu, wirklich So, wo? Ja, wir sind schon gleich da So, dann können wir hier Quite acceptable, Max, diese Zecken I'll put it in a good word for you with my Nike order Mehr ist das jetzt auch nicht, oder wie? Ja, okay Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart Ich bin's, euer MaxDeus Und ciao! Outro Musik 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 Musik